hallo liebe leute und willkommen zurück zu einer weiteren runde blade and soul und in diesem part werden wir erst einmal ein gespräch mit dojun beschreiten bevor wir weitergehen und ich sehe schon bereits ein paar weibliche schöne exemplare guten tag okay dunkle augen guten tag ich hätte da ein paar fragen ne machen wir es doch erst mal weiter ihr sollte zu ihnen gehen okay erstes mal windwandeln war so grauenvoll dass ich eine woche lang krank im bett lag und noch heute albträume habe okay aber mir geht es gut okay die reise von der wächterküste bis ins krankenbett kostete mich ein halbes monatsgehalt aber es hat null gold gekostet null oh ja je weiter entfernt desto höher die kosten und ihr müsst einen ort mindestens einmal zu fuß aufsuchen bevor ihr dorthin windwandeln können das ist irgendwie verdammt logisch okay ihr werdet es schon lernen geht jetzt zu hauptmann dojuns haus lasst die meister nicht warten okie okie nehmt den linken weg er führt euch direkt zu hauptmann dojuns haus alles klar oh noch ein schönes exemplar guten tag und lander warum sind hier so viele schöne charakter unterwegs und 90 prozent davon weiblich warum wohl leute warum bloß ich frage mich warum alter was soll diese ganzen schönen weiblichen charakter hier dagegen finde ich die wiederum süß guck mal die sind ja voll putzig ein paar bewohner haben wir ja auch noch dieser so rumlaufen paar wächter recht hübsch hier manche von leuten haben mir doch spezielle embleme drüber stehen keine ahnung was es damit auf sich hat naja gehen wir mal dorthin raus gucken mal was da los ist und so da ist ja aber schon da ist einmal so da und einmal nur tut schon mal sprechen wir mit uns in ordnung ich hörte ihr hattet mit hauptmann zu tun ich entschuldige mich für meinen sohn ich stehe in eurer schuld da ist aber sowas von richtig zu entschuldigen alter dieser bastard hat uns sowas von ihnen gefahr wird 90 oder drüben steht da ja ich habe spähe der wache losgeschickt um nach jins und ihren handlangen ausschau zu halten es ist nur eine frage der zeit bis wir sie finden es sollte sie aber allerdings nicht bekämpfen ich meine sie hat den meister zerschnitzelt wie sonst etwas aber ich fühlt euch in diesem dorf wie zu hause ach danke dann nehmen wir das angebot an äh ja den kleinen spießer den kleinen spasti kennen wir inzwischen ja vor längerer zeit habe ich auch eine tochter adoptiert ach so ist sie jetzt eine adoptiv tochter von so schon die nam so jo alles klar sie müsste jede minute hier sein was können wir denn hier spät darum nun sweet nice oh katsi das schönste mädchen im dorf wer hätt's gedacht und alle stehen drauf und im hintergrund der tipp kriegt eine geklatscht ich find's doch geil so fabulous also man merkt irgendwo kommt es aus japan aus dem thailändischen raum ach bevor ich hier irgendeinen scheiß mache nehmen wir mal die waffe ein oder finde ich finde ich ganz sinnvoll oh angriffskraft 13 sogar das ding und block 4 sieht doch ganz nett aus müssen wir mal ganz kurz gucken ob meine grafik auf höchstem niveau ist ja doch tatsächlich kommt mir irgendwie ein bisschen schwächer vor als vor aber gut ihr seid unversehrt wundervoll ich hörte bereits was ihr und dodan mit guan angestellt habt wie mutig ähm das war doch gar nix ihr seid viel zu bescheiden alle reden über euch die dankbaren dorfbewohner haben sogar ein geschenk für euch mir ist gerade erst aufgefallen was das mädchen für eine oberweite hat wie alt ist sie doch mal es ist ein bagua fragment es ist nicht viel aber es kommt von herzen bitte nehmt es von uns an zum glück wird die frage gleich hier übernommen was ist bagua kann man das essen gut ich hatte angst ihr hättet bereits ein besseres äh nö sie wirken auf alles mögliche stärke verteidigung geschwindigkeit ich weiß nicht wie genau ich weiß nicht wie genau aber sie helfen beim training und den kämpfen ok ja genau wie benutzt man die dinger baguas landen in eurem inventar drückt b um den bagua reiter zu öffnen mhm ok zieht dann das bagua und legt es in dem Feld für die bagua ab oder aktiviert ihn mit rechtsklick simpel was mhm sehen wir mal wie euer neues bagua aussieht ah und da kriegen wir direkt eins eid der bambuswache da kriegen wir 10 lp dazu und 2 genauigkeit ach das ist ein set effekt ok das ist ja interessant also eine art set das man anlegt besteht aus runen aha ok und man legt die dann so an hat ein set effekt und kann die dann so ok interessant naja wir hätten mehr vorbereiten sollen aber es wurde so viel gestohlen tut mir leid dass wir keinen bagua mit demselben namen fanden mhm ja das ist nicht es ist halt so schlimm wir brauchen halt wahrscheinlich alle 8 teile um die volle wirkung zu starten von dem teil mhm 3,5 und 8 ja dann sind sie viel effektiver baguas funktionieren nur wenn man kleidung trägt die wachen fanden das heraus ich fragte nicht nach ich glaub das ist besser so ich hoffe es hilft euch bestimmt sind alle begeistert euch mit unserem bagua zu sehen ja warum nicht fühlt euch hier wie zu hause habt ihr den bürgermeister schon kennengelernt er hat bereits nach euch gefragt mhm bisher noch nicht ihr solltet euch bei ihm vorstellen er ist sehr freundlich mhm ok oh was kriegen wir denn hier Beutel der Handelsunion der Drachen erweitert Inventarlager oder Gallerobenplätze uuuuuh sweet ja dann schießen wir mal ab oder oh Gott oh Gott was ich alles bekommen habe gerade Stufe 4 erreicht und dafür habe ich eine neue Fähigkeit bekommen Sensenhieb 3 Meter und das in so einem Zirkelbereich ok ha muss ich mir mal anschauen erstmal gehen wir auf das Inventar ach stimmt ich habe inzwischen 4 davon eine habe ich geschenkt bekommen per Post vom Spiel von den Entwicklern ok und damit kann man dann einfach Inventarplätze freischalten ich glaube das machen wir gleich einmal Inventar wird erweitert und dann zerbröselt das Ding und man hat Platz oh nice das nächste mal brauchen wir 8 8 von den Dingern alter das ist ja echt hart ich hoffe die kriegt man auch teilweise durchs Spiel Kleidungsverziehung Anband Gesichtsverziehung Halsschmuck Ohrring Gürtel Seele Aha ich vermute mal Ohrring und Halsschmuck sind auf jeden Fall Ausrüstungsgegenstände Seele wahrscheinlich auch und Ring eventuell auch Gürtel eventuell auch allerdings bei Kopfverziehung und so weiter bin ich nicht mehr sicher ob das nicht vielleicht sogar nur kosmetisches Zeug ist das werden wir alles noch rauskriegen denke ich mal Haus des Bürgermeisters let's go Oh Oh Halli Hallöchen alter Mann Ich bin Daigu Bürgermeister des Bambusdorfes Und ihr? Äh Die Stimme kommt mir ja verdammt bekannt vor irgendwie Hm Ich weiß nicht woher Naja gut Sagen wir einfach Bescheid Dojun hat uns geschickt Müsst die Person sein über die alle reden Wunderbar Hier in dem Dorf passiert wohl nicht sehr viel Äh Wie es aussieht oder? Ich hörte ihr wollt eine Weile bei uns bleiben Fühlt euch bitte wie zu Hause Ja gerne Für den Wiederaufbau nach dem Überfall könnten wir jemanden wie euch brauchen Bitte helft den Dorfbewohnern Ah natürlich gerne Ah Quack Chill fragte nach euch Er kann nicht aufstehen Daher bittet er euch ihn im Haus der Heilung zu treffen Äh Ja wer ist denn dieser Quack Chill? Das wusstet ihr nicht? Er sprach dauernd von euch Geht zu ihm wenn ihr Zeit habt Danke für eure Hilfe Äh Du hast unsere Frage nicht beantwortet Sehr schön Geht jetzt Ist Quack Chill eine Krankheit mit der ich mich anstecken kann? Oh hier sind auch ein paar blaue Pfeile aufgetaucht Alter so viele So viele schöne Charaktere Zieht euch das rein Was mich allerdings wundert manche Von den äh Uniformen Also es ist die gleiche Uniform die ich trage Die vom Homo-Clan Manche haben solche äh Langenstrümpfe Manche wiederum nicht Was hat's denn da mit auf sich? Hm Naja sprechen wir mal mit der alten Frau hier Äh Okay Man kann Waffen aufwerten Okay Annih wir können ja Um zu zu fessern Sondern müsste ich eine Opferung darbringen Okay Das ist eine Waffe die ihr opfert Um eine andere zu verstärken Aha Ah Elemente und Eingewaffe haben sie ja Gestellte Opferung Event Ah ne das Okay Aufgehörden warten wir werde ich auch noch helfen Vielleicht da wartet ich zeig es euch Okay Hast ihr eure aufgehörbare Waffe uns dann klickt auf Ausrüst auf Verweisen Das ist eine soziale Geschichte Opfer ein und stellt Die Verstärkung Eure auf Okay Haha Yang Kuhn Ah das Questlog Buch haben wir dann mit J Okay Hahaha Was so lange noch heiß ist Verstehe verstehe Okay Also wir haben zweimal positive Verstärkung Das machen wir einmal mit dem Inventar Äh Einmal mit I Ah da ist es Und dann haben wir einmal Waffe Und wählt die Hongmulwaffe Wertet dann die Waffe mit einer Gegenstand der Opferung auf Aha Was ist das für ein Ding Element des Trainings Gegenstand der Opferung für Waffe der der Stufe 1 bis 36 erfordert Aha Achso damit verbessert man das quasi Ähhh Wie war das nochmal mit der Aufbesserung Das wird wahrscheinlich nochmal ganz kurz erklärt Ah ne Da vielleicht Nein Ah wenn man nur kurz mit der linke Maustaste drauf klickt Ah Aussehen ändern Ausrüstung verwalten Anlegen Ach Ausrüstung verwalten Okay dann kann ich die auswählen Und was zur Aufbesserung erstellen Nämlich so ein Element des Trainings Grundkosten 2 Zersetzungsmaterial habe ich gerade keins da Okay Dann veredeln Hm Hm Okay So funktioniert das also Ah Jetzt haben wir das Hongmoon Phase 2 Mit Blocken Ah eigentlich können wir das gleich Ach ne Zwei sind schon verbraucht Was Okay na gut Äh Die kann ich wahrscheinlich zerlegen Oder irgendwie sowas Äh Mehr Chat Link Ne Achso Zum Verkaufen halt So Ah ok Dann haben wir die eine verbessert Sweet Aber wir kriegen ein paar XP dafür Das ist schon mal nett Äh Da gab es noch einen weiteren äh Blauen Punkt hier Äh Ok Paudo Hm Achso das ist so eine Möchtegern Schönheit Hm Ok und wir sollen Ihr Perlen sammeln Aus der schmutzigen Küste So eine Diva ey Naja gut Gehen wir erstmal Richtung äh Strand Wir kennen den Weg ja schon zu Relativ gut Genau da oben steht nochmal Ganz gut dass wir Am besten immer die Nebenquests noch machen Bevor wir da äh Quest für Die Hautquests erledigen Um einfach unsere Level ein bisschen effizienter zu gestalten Äh Ok Mensch du kannst froh sein dass eine Frau dir so viel Aufmerksamkeit schenkt Dafür dass du so undankbar bist Ah So sieht also der Die Küste tatsächlich aus wenn gerade nicht Krieg herrscht Jetzt haben wir hier irgendwelche Lustigen Ah hier Perlen sammeln Lustigen Krabben und so gedöns Ich hab eine Fähigkeit 2 Wohohoho Das ist ja mal cool Das ist cool Das ist cool Ok Kann ich das auch in der Luft einsetzen? Oh shit Kann ich Boom Ich merke schon das äh Wird ziemlich cool werden das Kampfsystem Jetzt gehen wir auf jeden Fall mal zurück und äh Geben mal die Quest ab Die Ausdauer verbraucht sich allerdings immer so schnell Man sprintet ein bisschen durch die Gegend und dann ist man gezwungen wieder ein Päuschen zu machen Aber macht das eigentlich einen Unterschied wenn ich stehe statt zu Oh anscheinend ja nicht von der Regeneration her Alter und schon wieder so viele äh So viel äh Goldbots Unterwegs Weil Dabei habe ich so viele Leute schon geblockt Ha Das ging schnell So äh Ah da werde ich aufmerksam gemacht dass ich Uh ok Er kann eine kleine Umfrage teilnehmen um bestimmte Gegenstände zu bekommen Ist ok Wir haben die Möglichkeit das Tool zur Erstellung des Charakters Ah ja das war ja super geil Das machen wir gleich mal so Wichtig zu lernen bei der Auswahl von Volk und Klasse Das Aussehen des Volkes Die Eigenschaften und Hintergrund Ich habe erst die Klasse und dann das Volk Äh habe erst die Klasse und dann das Dann das Volk nach Eigenschaften und Hintergrund Etwas anderes Äh Eigentlich erstmal nur nach Aussehen des Volkes Aber wenn man es technisch sieht Weil eigentlich bei meinem Anfang habe ich erstmal auf die Klassen geguckt Und dann nach dem Aussehen und ich glaube das machen wir auch Wie nützlich waren die Optionen der Charakter an sich Also Zoomen, Kleidung, Posen und so weiter Jawohl Super nützlich So Wie nützlich war die Schwierigkeitsbewertung bei der Eher weniger nützlich Ich wüsste immer noch bis heute nicht was die Schwierigkeitsbewertung genau heißt Bei den verschiedenen Klassen Wovon das berechnet wird Ach und wir dürfen hier noch etwas eintragen Verbesserungsvorschläge und so einen Scheiß Hm Genauere Beschreibung Der Und der Des Zustandekommens Hey die Leute machen da hinten PvP was zum Fick Aha die tragen beide rote Klamotten und da trug eine blaue Ah das werden wir wahrscheinlich auch noch zu spüren bekommen Irgendwann Dann kommt der Schwierigkeitsbewertung There we go Cool dann kriegen wir ein paar Geschenke Jetzt haben wir noch im Inventar eine Meldung Schlüssel haben wir bekommen öffne Truhen und Schatztruhen Der vor der Quenge hängt von der Gegenschatzqualität ab Okay Kann ich das irgendwie sortieren hier? Ich weiß noch nicht Hm Ah auf Stufe 6 kriege ich dann meinen nächsten Umfragebogen Okay Jetzt gehen wir erstmal äh Zum Haus der Heilung Wo dieser äh Gwagjun Erst einmal wartet Mit dem einen der angeblich so ein toller Fan von mir ist Ah dieser Gwagjil Warte sind die verwandt? Der arme Gwagjil ruft schon den ganzen Tag nach euch Danke dass ihr kommt Ähm wer ist dieser Gwagjil eigentlich? Er ist hinter euch Ihr brachte die nach dem Angriff zu mir Ah das war der Verletzte den wir gefunden haben auf dem Schlachtfeld Okay Er wird länger nicht aufstehen können Vielleicht wird er sich nie ganz erholen Bitte geht zu ihm Gut machen wir Diese miesen schwarzen Rammen Seht nur Oh da mein Kerl da ist immer noch bettlegig Ich danke euch Hilft mir bitte hoch damit ich mich vor euch verbeugen kann Du bleib schön im Bett mein Lieber Ich hab's euch versucht Ich ante so schnell ich konnte Aber sie erwischen mich Ich wollte ein Hälse Tut mir leid dass es so viele nicht zurück geschafft haben Ja dafür kannst du doch gar nichts dafür Erholt euch einfach genau Ich bin bald wieder fit Es ist nur ein Kratzer Bald kämpfe ich wieder Ihr werdet sehen Also ich würde jetzt an deiner Stelle erstmal das Maul halte und schlafen Weil du bist in ganz schlechter Verfassung und ich hab keinen Bock dich äh zu reanimieren wenn du scheiße baust Der arme Quackchill kann vielleicht nie mehr gehen Er halluziniert bereits den ganzen Tag lang Vielleicht ist er ein bisschen beschucke Es schmerzt mich ihn so zu sehen Seit die schwarze Ramme seine Schwester tötete Ist er härter zu sich selbst als je zuvor Er gibt sich die Schuld Wahrscheinlich hat er ein richtiges Trauma dadurch erlitten Mit dem richtigen Heilmittel könnte ich helfen Aber die schwarze Ramme hat unsere Vorräte geplündert Wenn ich das Hilfsmittel nicht rechtzeitig bekomme Werden seine Knochen schief zusammenwachsen Ich brauche Hilfe Und wir sind genau der Richtige der dir helfen wird Gehen zum Bambusstrand Vielen Dank Bringt es mir und ich erledige den Rest Aber sei bitte vorsichtig Wir können ihn retten Alles klar Legen wir mal los Gute Taten erledigen und so Wuhuuu Jihaa Wuhuuu Wihihi Ja das ist eine Referenz an Mario gewesen gerade Schöne da ist einer mit so einem Symbol Sieht aber freaky aus der Kerl Wuhuuu 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 Booyah Oh ich kann die umschmissen die Viecher mit dem Dreierangriff mit Wie heißt er eigentlich Sensenhieb Ah Killsteal Scheiß Magier Scheiß Magier Das kenn ich sogar aus Ragnarok Online noch Dass man im Feld unterwegs war Gelevelt hat Und dann kommt plötzlich da so ein Magier her Und meint auf dicke Hose zu machen und so Ah ich muss noch sechs Stück von denen sammeln Okay Muss ja aufpassen dass kein Magier mehr In die Quere kommt Boom Konterangriff Auf Doom Ah jetzt haben wir kein Fokus mehr Zumindest nur ein Fokus das wird nicht reichen Ah Er wird schon angegriffen Ha das wiese bei Anfangs Gegenden Immer so viel los Dung Dung Boom Das mit dem Konterangriff ist bei Klingenmeister echt was geniales Booyah Bitches So Easy going Easy come easy go Bam Das wird Nummer 8 sein Jawoll Dann gehen wir gleich mal zurück Wahoo Wie praktisch das genau das Extrakt was man braucht Äh an der Küste von äh Irgendwelchen komischen Äh was waren das überhaupt für Dinger Schneckenmuschel Jungen Existiert und so Das es gleich vor der Haustelle ist Das ist mehr als genug Damit kann ich Guac Chill behandeln Ha Wie praktisch ne Und glaub ich wie gesund ihr aussieht Als euch Dojun brachte dachte ich Ihr überlebt keine Stunde mehr Äh wieso denn das Ich sehe ihr tragt den Namen der Hongmun Schule zurecht Ah wegen dieser Schwarzrose Oh Mann Der Hauptmann war da Er möchte euch sehen Äh okay Dann sprechen wir mal ganz kurz mit Jojun Müssen wir ja schon wieder zu seinem Haus Ohlala Guten Tag Me- Oh die andere ist schon wieder weg Oh aber da ist wieder ein hübsches Exemplar Hallöchen Und auch die kleine ist irgendwie putzig Oh Gott haben die alle so schöne Haare So Ah Hier ist wieder eine so mit roter Kleidung Hm White Eagles Luzeriana Warum Warum machen eigentlich über diese Leute so komische Namen Luzeriana Okay dann komm Muss grade ich reden mit meinem Zellos Q Naja Lass mich Ich bin verrückt Das weiß die Menschheit Das soll sie wissen Ah Jihan da seid ihr ja Seid ihr unterwegs zufällig Dohdan begegnet? Äh ne Was hat er jetzt schon wieder ausgefressen? Ich habe eine Botschaft für den Bürgermeister der in den Nordenmach Ewigdämmer aufgebrochen ist Ah okay Luzeriana sollte sie überbringen aber er ist verschwunden Aha Und gut dann könnten wir auch die Nachricht überbringen Seid ihr sicher? Ewigdämmer ist gefährlich für die die es nicht kennen Und ihr seid gerade erst von euren Verletzungen genesen Ach das ist kein Problem Wir haben jetzt auch ein paar Muschelfiecher platt gemacht Ihr solltet gleich aufbrechen Ewigdämmer liegt direkt vor dem Dorf Sucht dort den Bürgermeister Hm Egal wie fällig es ist Ich werde ihn finden Alles was zählt ist die Mission Eure Entschlossenheit gefällt mir Unter Kriegern werden Jans die Großes geleistet haben Jans sei genannt Ich sehe hier wohl gerade einen Jans zum Jans sei werden Sucht Gongsam sick in unserem Vorposten ein Ewigdämmer Er weiß vielleicht wo der Bürgermeister ist Das ist ja richtig sick dass man so schnell aufsteigen kann zum Jansi 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 Oh da ist schon wieder jemand Oh hallöchen Oh hello their hot stuff Wow titten wackeln To the Backs Müsst ihr nur mal zwischendurch mal drauf schauen Wenn sie nur einmal kurz ihre Standposition ändert oder irgendwas dann macht es Wabbel, 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 Wabbel. Aha, also das ist irgendwie eine Schwester oder eine Mutter, wie ich das jetzt verstanden habe, von einem Gwan-Chul-Zu. Und ja, da soll jetzt der Ramee beitreten, mehr oder weniger hinterrücks von seiner Schwester Chul-Wan. Und wir sollen die frohe Botschaft ein bisschen überbringen, wie es aussieht. Na gut. Na gut, machen wir das. Ah, jetzt kommt das mit den Fraktionen auf uns zu, verstehe. Ach, da vorne ist das schon. Ok, ok, ok. Dann wählen wir das gleich einmal. Ah, da stehen die zwei. Schon gesehen. Ok, dann gibt es einmal den, die Kuelin, den Kuelin-Orden, Kuelin-Orden. Und dann gibt es den Kamin, die Kamin-Legion. Ok. Aber weißt du was? Irgendwie trägt jeder hier rot. Mir geht das auf den Zeiger, also nehme ich blau. Weil Baum. Ok, aber zum Glück sind die beiden Fraktionen relativ ausgeglichen, wie es aussieht. Äh, genau, den Kuelin-Orden beitreten. Jawoll. Alright. Ah, und dafür kriegen wir eine nette, nette Kleidungsstück. Uniform des Kuelin-Ordens. Da ist er ja. Prüf des, Prüfung des Rats der Acht. Im Gegensatz an dieser Abling, hier einige Zeit in Anspruch. Ok. Ah, und wenn ich, der Effekt von dem Ding ist, wenn ich den trage, dann ist die Kamin-Legion mir feinlich gesinnt. Ok. Sprich, alle die rot tragen, sind dann meine, meine Enemies, meine... Ok, so wird das PvP also geregelt. Auch interessant. So eine Art öffentliches PvP. Ich weiß gar nicht, ob es ein richtiges PvP gibt. In dem Sinne werden wir vielleicht auch alles noch rauskriegen. Würde ich jetzt nicht mal direkt machen, während wir hier Endcup machen, also machen wir das vielleicht im nächsten Part. Und ja, ich würde mal sagen, wir würden dann den bis, äh, den... äh, diesen Mokdun suchen. Ja, so heißt er eigentlich, dieser, dieser junge Mann, dem wir die gute Nachricht überbringen sollen. Wir sollen einmal den Mokdun suchen, ihm die schöne Nachricht überbringen, dass er jetzt Teil der Armee ist. Und, äh, dann sollen wir anschließend Gong Samsic suchen, den Bürgermeister des kleinen Bambusdorffes. Und, äh, ihm, ja, die Nachricht überbringen von Dujun. Also machen wir das im nächsten Part. Bis zum nächsten Mal, Leute. Macht's gut und ciao, ciao! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020